Im letzten Video habe ich euch die Komponenten für meinen Gaming und Videoschnitt PC vorgestellt und heute will ich euch das Ergebnis zeigen. Zuvor aber noch einen Riesendank an die Firmen und Partner, die mich bei diesem Video unterstützt haben. Und ein Riesendank auch an Yves, der mir beim Umbau geholfen hat. Einige von euch kennen Yves schon von der PC Schmiede, aber auch als Gründer der PC HMG. Und hier will ich allen Anfängern, aber auch Profis den Tipp geben, falls ihr irgendwelche Fragen rund um das PC Thema habt, schaut gerne mal in der Gruppe vorbei, egal ob Hardware, Modding, Zusammenbau, schaut einfach mal in die Facebook Gruppe, den Link packe ich euch ganz oben rein. Hier gibt es tausende Mitglieder, die euch mit Sicherheit helfen können oder wie in meinem Fall, man trifft sich einfach und baut selbst was zusammen. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den fertigen PC einfach mal an. Oh! 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 Oh Ich hoffe, für diese kleine PC-Porn hat euch gefallen, wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Im nächsten Video gibt es auch wieder einige Gewinnspiele für euch, schaltet also beim nächsten Mal wieder ein, macht's gut, bis dahin, ciao! Mal.